Sasuke! Sasuke! Du hast die Augen geöffnet. Was ist denn hier? Du bist wirklich驚ig. Wenn du dich auf die Erdbewegung hast, dann hast du keine Sasuke gesehen. Wo ist denn das nicht ausgerechnet da bin, du doof? Das war's für mich. Ich habe mich gefunden. Ich danke dir. Aber es war sehr, dass die Erwärmung mit dem Erwärmung. Ich wusste, dass die Erwärmung sehr gut ist. Die Erwärmung des Erwärmung des Erwärmung des Erwärmung des Erwärmung. Entschuldigung. Entschuldigung. Dann hat er diese Schlange geschworen. Und dann hat er... Dann hat er die Schlange geschworen. Dann ist er... ... Was ist das? 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 Du bist mein Gott, dein Schmerz. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Das war's für heute. Das war eine gewisse Realität! Ich bin jetzt nicht anders als ich. Ich habe dich. Ich habe die Kraft für mich. Hm. Es ist eine große Zeit. Ich werde jetzt hier... Ja drücken. Du bist fällig, Itachi. Schwör ich dir, Alter. Digga. Dann hoffen wir mal, dass wir das ohne große Probleme irgendwie gedeichselt kriegen. Kirin Sasuke vs. Akatsuki Itachi. Ja, die heißen so komisch. Verbessertes Ninjutsu, ultimatives Jutsu und erwachen nicht möglich. Komm her, du Hacke. Was war das denn? Perfekt. Perfekt, wie ich das hinkriege hier. Ohne große Probleme haue ich ihn direkt in die Fressleiste. Nein, ausweichen. Seht euch mal an, wie ich ausweichen kann. Das ist unglaublich. Das vergisst du diesmal ganz schnell, Itachi, Alter. Schwör ich dir. Bam. So, jetzt komm her. Und jetzt bist du fertig, Digga. Schwör ich dir. Zack. Ich finde das so geil bei Itachi, dass er halt nicht wie normal mit einem Baumstamm in der Ausweich, sondern mit, äh, mit dem Krähenhals, weißt du. Finde ich schon irgendwie geil. Zack. Nein, komm. Ausweichen. Jetzt komm. Ihr, das letzte bisschen jetzt. Meine Fresse. 24, 63, 2000. Karin, Sturmpunkte erreicht. Hilfsart freigeschaltet. Tja, anscheinend gibt es da ein kleines Problemchen gerade. Ja, jetzt war es zu einfach. Ja, jetzt war es zu einfach. Ich bin der Fall, dass ich mich nicht so schwer bin. Ich bin der Fall von Uchiha. Ich bin der Fall von Uchiha. Ich werde mich damit verletzen. Sasuke! Das war's für heute. Kapitel 5 Brüder 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 Total tolle Brüder Ich habe einst Gelebt Unter Fichtenbäume Hanf gedreht Okay, wir lassen es dabei So, woher gehen wir? Ich gehe nach Uchiha-Ajito Uchiha? Ich habe alle Entscheidungen Ich gehe nach Uchiha-Ajito Ohne große Umschweife Werden wir uns nicht hinbewegen Haha, nein Verarscht Wir gehen natürlich schön weiter Kashi-Oshia Ich wüsste gern, wie er wohl so ist Er ist total toll Und ziehstrebig Toll Ich gehe nach Uchiha-Ajito Ich gehe nach Uchiha-Ajito Ich gehe nach Uchiha-Ajito Vielen Dank.